Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Menschen erfolgreicher sind als andere? Warum verdienen manche mehr Geld, sind glücklicher, haben bessere Jobs, bessere Beziehungen, bessere Gesundheit und scheinen mehr aus dem Leben herauszuholen? Nun, als ich 15 Jahre alt war, begann diese Frage mich zu beunruhigen. Ich habe mehr als 25 Jahre damit verbracht, mehr als 80 Länder zu bereisen, in 30 verschiedenen Jobs gearbeitet und insgesamt etwa 30.000 Stunden Studium investiert, um zu versuchen, die Antwort darauf zu finden, warum manche Menschen erfolgreicher sind als andere. Und wissen Sie was? Ich habe festgestellt, dass dies eines der am meisten erforschten Themen der Welt ist, dass es mehr Informationen dazu gibt als je zuvor, dass wir heute mit völliger Zuversicht sagen können, dass Erfolg ist, so vorhersehbar, wie die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht.